Hast du manchmal auch das Gefühl, dein Gehirn macht nichts anderes außer sich zu sorgen? Manchmal gibt es Dinge, um die sollte man sich sorgen. Manchmal ist der gute Grund nicht direkt sichtbar. Was kannst du in Zukunft tun? Wenn du dir mal wieder Sorgen machst, dann versuche mal folgendes bewusst durchzudenken. Hast du ein Problem? Wenn nein, wozu sorgst du dich dann? Wenn du ein Problem hast, kannst du es lösen? Wozu sorgst du dich dann? Und wenn du ein Problem hast, kannst es aber nicht lösen. Wozu dann sich sorgen? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Bis zum nächsten Mal.